Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge von Away Out mit dem Sascha. Schönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem. Und im Scroll auf jeden Fall. Hi. Wir wollen raus. Nach Mexico. Diesmal ist es anders drauf. Wir wollen nach Mexiko und nicht Mexikama zu uns. Ich muss aber mal telefonieren, habe ich gehört. Ich habe immer noch kein Kleingeld. Stimmt, ich wollte Kleingeld organisieren, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja du wolltest, vielleicht solltest du mit dem Penner reden. Oder hier. Auf der Seite des Kiosk. Ach stimmt, mit dem Schiff kann man auch ran. Kiosk Dude, ich brauche Kleingeld. Hallo, kann ich dir mit etwas helfen? Ja, ich brauche ein paar Veränderungen, um eine Telefon zu machen. Entschuldigung, aber du musst erst etwas kaufen. Hallo da. Was kannst du mir empfehlen, Kollege? Okay, was solltest du dir empfehlen? Für dich? Ah, ich habe ein paar Topnotch-Girly-Magazine. Ich werde passen. Was solltest du? Ich arbeite? Du bist nicht? Gib mir ein paar Zigaretten. Filtert. Ich habe sie auf. Klar. Ich lasse dich allein. Gute Glück mit ihr. Hier geht's. Du bist willkommen. Danke. So, habe ich jetzt Kleingeld? Ich hoffe, ich habe Kleingeld. Ja, ich habe Kleingeld. Alles klar. Und ich habe hier eine Diebien auf frischer Tarte tappt. Sollen wir die Polizei rufen? Mach was zu tun. Was du willst. Wie sollen wir das denn machen? Hä? Du musst das machen. Du hast das Geld. Ja. Dann kannst halt dein Weib nicht anrufen. Auf jeden Fall sollten wir als gesuchte Leute die Polizei rufen. Ja, finde ich schon. Hey, 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 hey. Ich will mit hören. Er will unbedingt das Bild laufen. Ja, es geht aber nicht. Hey, hier ist Vincent. Ja, ich bin okay. Danke. Schau. Ich muss irgendwo fliegen. Äh, morgen. Kannst du das funktionieren? Okay, groß. Was? Wann? Wo ist sie? Okay. Okay, okay. Danke. Hey, hast du einen Flugzeug? Ja, ja, habe ich. Aber ich muss gehen. Was? Was hast du gesagt? Bist du okay? Ich bin okay. Aber ich muss irgendwo sein. Hey, du kannst einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert, und ich muss da sein. Okay? Vincent. Wir sind zu weit, um zu zurück. Du musst mit mir sprechen. Tell mir, was passiert in deinem Kopf? Talk mit mir! Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was? Der schießt auf nicht bewegende Ziele und trifft nicht. Alter, wir rassen ja richtig weg da, ey. Und wie viel Schuss hat er denn... Ah, okay, hat er geladen. Okay. Lauf. Immer schön deutschen. Was? Oh, okay, ja. Alter, der Typ ist einfach mal super langsam, ey, bis der da ist. Räuberleitung, oder? Ja, hier. Okay. Ich glaube, du musst da... Ah, nein, ich muss erstmal hier hoch. Nee, du musst hier rechts, ich komme hoch. Und dann hilfst du mir da hoch. Geh rüber. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Nein, 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 nein. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Fässern, da freute das Wasser. Der Typ kommt auch nicht voran, ey. Und täglich hing der Sascha über Bord. Jetzt kommt er auf die Idee, die Axt zu nehmen. Ja, mach bloß dich selbst was. Kameraden. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, schieß ihn ruhig ab. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Auf den können wir verzichten. Lauf zu, komm. Ah, ne, hör mal. Ja, natürlich. Als ob der unsere Beine nicht sieht. Lauf. Schnell. Ich muss... Nee, wir müssen... Achso, ich glaube, du musst hier auch mit. Dann... Oh, voll. Ja, okay. Wie weit denn noch? Boah, ist auch noch ein bisschen. Und vielleicht kommt noch mal so eine tolle Lampe. Okay, du gehst runter. Geh rein. Ja. Aua. Oh, lol. Okay, okay, okay. Du musst weiterlaufen. Nee, du musst erstmal weiter machen, sonst sieht er mich halt. Du siehst doch bei mir, wie weit das Ding ist. Du musst... Ah, warte mal. Da steht... Ja, genau. Er steht in dem Ding. In einem Winkel. Tricky. Ja, geht schon. Easy. Was? Aua. Aua. Ich muss ihn überwältigen. Ja, ich muss kurz wracken. Engage! Ja, natürlich muss ich dir wieder helfen, Alter. Die Katze. Ach, jetzt geht was wieder los, ey. Alleine, Alter. Ja, Junge, hey. Oh, jo. Gute Hilfe. Bringen wir uns jetzt mal rein. Alle rum. Was gibt's erstmal mit dem Gürtel? Ja, fast. Leg dich nicht mit uns an, Junge. Und was gucken wir jetzt noch für einen Film an, Sascha? Ich wollte grad sagen, es fällt niemand auf, dass in einem Theater oder Kino oder whatever da rumgeballert wird wie sonst was. Auch wenn Silence da drauf ist. Wenn's leer ist. Obwohl es brennt, eigentlich Lichter. Ja, Lichter. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Aber wir müssen, was wir angefangen haben. Harvey wird immer Leute wie das senden. Ja. Ich weiß. Hörst du? Und warum willst du plötzlich weg? Das ist meine Frau. Sie ist im Krankenhaus. Was ist das Problem? Wir hatten nur ein Baby. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Sicher. Es ist... Es ist großartig. Danke. Du siehst nicht zu glücklich darüber. Es ist nicht dein Kind. Es ist nicht dein Kind. Trust me, ich bin glücklich. Es ist einfach... Es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meiner Frau. Schau. Kompliziert oder nicht. Du musst deinen Kind sehen. Was, was zwischen dir und deinen beiden ist, ist immer dein Kind. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du weißt, dass ich bin. Ja. 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 Du hast uns diesen Flugzeug, nicht wahr? Ja. Hier ist das, was wir machen. Wir gehen zum Krankenhaus. Wir gehen zum Krankenhaus. Wir sehen deinen Kind. Und dann gehen wir den Flugzeug. Du bist mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Vincent. Ich muss dich vertrauen. Du kannst mich vertrauen. Alles klar. Dann gehen wir. Wir gehen. Wir gehen. Wir können dich weinen. Wir gehen. Wir gehen. Ich kann dir sagen, wie du erster Kind war. Du kannst. Ja. Back im Krankenhaus. Der Weg, wo du dein Baby und Scheiße hattest. Ich meine... Sorry über das Scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht so gut gesagt habe, aber ja, es ist ein tolles Ding, zu sehen, ein Kind zu werden. Ja, ich kann es vorstellen, dass es ist. Was ist falsch, Mann? Was ist das Problem mit dir und deinem Frau? Ich... Schau, Carol ist die Liebe meiner Leben. Wir wollten immer ein Kind haben. Wir haben versucht, seit Jahren. Every time, wenn wir uns verletzten, war es wie ein Teil von uns sterben. Und wenn es endlich passiert, ein Tag, wenn wir herausfinden, haben wir nicht so glücklich gemacht. Dann, alles ging zu hell. Und ich bin in prison. Damn. Ja. So Sascha, was fällt dir auf? Tja... Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja. 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 Ganze. Und wer faut sagen, velsonium bei mir. Das ist aufge budgetigend. Undotha passt. Entstand. Wenn ich meine MeisseLEinheit fühle. Das ist das? Ich hoffe, 對. Mom, ich mag dich hier nicht. Das schreckt mich. Du hast die erste Mal im Krankenhaus? Ja. Okay, Sascha, pass auf, jetzt geht's wieder los. Scroll erklärt die Welt. Oh nein. Ich gebe dir einen Rat. Wenn der Doktor dich wehlt, schau ihn in den Gesicht. Oh, sorry. Nicht schrauben ihn. Schrauben ihn. Ja, einfach so. Zack, Rückhand. Und die Mutter sagt natürlich gar nichts dazu. Jetzt komm ran hier. Ja, warte. Oh, mein Sing double? Oder sind ihr zwei Twins? Wir sind Twins. Oh Gott. Oh Gott. Hm. Du bist komplett identisch, oder? Das ist richtig. Habt ihr immer so so? All die Zeit. Ha. Twins sind kalt. Okay, das war schon ganz schön gruselig. Kommt, Leo. Ja. Hast du schon mit den ganzen Leuten hier geredet? Nein, interessiert mich nicht. Ich will zu meiner Frau. Bleib weg von mir. Ich bin kontaktisch. Du bist? Ja, ich weiß noch nicht, was es ist, aber du sollst definitiv weg von mir bleiben. Ich hatte einen Freund, der ein Hypochondriac war. Ich bin kein Hypochondriac. Du bist nicht? Oh, naja, dein Gesicht ist ziemlich schuld. Huh? What? Claire? Are you serious? Das ist schlecht, Mann. Oh mein Gott. Ist es, ist es wirklich so schlecht? Ja. Ich bin kein Hypochondriac, hm? Warte, ein Arschloch. Typisch schuld. Ja, wenn du dann die Fresse hälst. Oh, warte. Ah, da damit... Alles klar. Du weißt, dass es das Beste ist, Sascha. Willst du wieder mit mir diskutieren? Tatsächlich glaube ich, dass du gerade diesmal wirklich... Ha! Oder? Nachkommen. Nachkommen. Hey. Ja? Äh, äh, äh. Problem solved. Du brauchst Hilfe, Mann. Was? Ich mag das nicht, um deine Frau zu besuchen, gell? Ist ja nicht so, als ob meine Frau gerade ein Kind kriegen würde. Oh nein. Ich war nervös, aber keine Angst. Du wirst alles gut sein. Danke. Ja. Sei sicherer, als ich dachte. Oh Gott. Es gibt toll-füchtige Dinge, Leute, ne? Ja, manche Sachen muss man halt einfach machen. Oh Gott. Oh, 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 oh. Alter, die Folge wird jetzt nur wieder zu Bremen, Junge, ey. Einfach so dumm. Oh, egal. Ja, komm, mach mal weiter. Nee, ach, scheiße, ich wollte nicht mehr nochmal anmachen. Ja, easygoing. Also, da wissen wir, wer der bessere... Oh, warte. Ja, cool. Ich find's aber cool, dass sie überall so kleine Minispiele eingebaut haben. Ja. Da liegen die Kiddies. Jetzt warte mal. Oh. Es braucht wirklich zwei Leute, um eine Lichtstelle zu verändern? Ja, in der Union ist es. Und, äh, wir sind in der Union. Entschuldigung, Frau. Meine Wrau hat ein Baby. Let me get this straight. Was ist der Name, bitte? Die zwei von ihr beide getraut, um zu einem Mann zu arbeiten. Ja, wir machen das. Ja, schade, halt dich für mit zum Kind. Hey, Leo. Du kommst? Ja, ja. Ja, Alter. Immer muss man auf dich warten, ey. Schlimm. Nur weil ich meinen Spaß hab. Thanks. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. Oh, ich sehe schon wo nach oben auf, dass sie rauskommt, ey. Das ist, äh, Leo. It's nice to meet you, man. Ja. Oh. Babygirl, huh? Ähm, I'll leave you guys alone. Äh, yo. Wollt ich auch ihr eher sagen. Ja. And, äh, congrats, by the way. Can I hold her? Okay. Der Westschichter mit... Das Gesicht? Ja, klar, alles klar. Sie ist so schön. Sie ist. You know, I miss you. Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Da lauscht der. Ne, doch nicht. Du lasst die Tür auf. Aber ich glaube, die Bullen kommen. Ja, ich habe auch schon eine Ahnung, was gleich passiert. Ich habe da so eine Sicherheitstreppe außerhalb des Fensters gesehen gerade. Nur zwei Polizeiwagen? Shit. Ach so, die war aber schnell da. Wir sind im Krankenhaus. Okay, let's go. Okay. Auf geht's, Kotelette. Machst du rund. Ja, und er läuft. Und natürlich nach oben, nicht nach unten. Ich bin natürlich nach oben, nicht nach unten. Oh, du machst das, gell? Oh, tschüss. Oh, du bist da runter. Oh, tschüss. 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 Nicht gegen Wände laufen. Achso, ich wollte links rum. Ähm, Leute, machen wir Platz da. Oh Gott, easy. Zwei Meter vorher. Wo kommst du denn auf einmal her? Ah du, ich bin hier nur zu Besuch. Oh, der ist kräftig. Das ist gute Polizeiarbeit. Los, go, go. Achso. Dein fucking Ernst? Yo, yo, easy. Hattest du nicht Höhenangst und so? Achso. 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 Achso, okay. Entschuldigung. Durch den OP-Saal, Alter. Was bist du denn für ein Typ? Grüß. Kann ich doch nichts tun. Achso, die Tür bleibt auch einfach zu, weil ich sie zugezogen habe. Seems legit, brah. Mal. Alter, das ist jetzt echt 2D. Side-Scrawler, Alter. Du bist da oben! Oh. Oh. Ja, ich habe damit nicht gerechnet. Dein ist Gedießwort. Oh, nee, das. Voll geil, wenn ich ehrlich bin. Ich kann das nicht. Ich kann den ersten Schlag von dir denn nie kontern. Das steht bei mir nie dran. Das steht bei mir nie dran. Alter, voll geil. Voll dumm, Alter. Jo. Alter. Superman Punch, Alter. Kannst du nicht privativ rechtsklicken? Nein, kann ich eben nicht. Nicht jetzt. Komm gleich. Jo, viel Spaß. Alles klar. Komm her, Junge. Voll daneben. Oh, Alter. Ja, ich wollte gucken, ob ich comboen kann, weißt? Oh. Hey, 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 hey. Hauptsache die Frauen überwältige dich jetzt. Jo, der schlägt Frauen. Da seht ihr mal, was Scroll für einer ist, ey. Hey, hey. Ach so, so leicht zum richten Glas ist korrekt. Die Sache, ich mache das nicht, weil ich keine Frauen mag. Ich mache das, weil ich Gleichberechtigung für alle sehe. Ach so. Nee, du, da sind Leute. Verdammt. Ich muss einen Weg raus finden. Klar, spring aus dem Fenster. Sicherlich cool. Easy going. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er so dumm ist. Wir haben nie gehört, was diese Leute ist. Ich bin nicht so sicher. Hey, hast du dich durch die Vendelation gekommen? Ja. Sieht so aus. So? Wo ging er? Ich glaube, er fuhr und fuhr aus. Ja. Du musst zurück sein. Ja. Da ist ein Leiter. Echt jetzt? Und die Bullen ziehen schon wieder ab? Wann in die Fahrkunde? Wann in die Fahrkunde? Als ob die das nicht hören, hey. Oh nein. Hey! Stopp! Du bist unter Einfassung! Du kommst mit mir. Lass die Schieße jetzt hoch! Ich würde gerne schießen. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das wollen sie auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ja. Nicht tun, was dumm ist. Geh weg! Fuck! Bisschen Scheiß, Tür! Öffne! Okay. Aber ich muss sagen, dass hin und her switchen, finde ich schon ganz schön geil gerade momentan. Ja. Achso, und ich gehe jetzt einfach durch die Eingangshalle raus, oder was? Oh crap. Damn. Sitzchen, sitzchen, sitzchen. Das mache ich jetzt auch. Guten Abend, Frau. Guten Abend, Herr Officer. Wir haben zwei Fugitives von Large in the hospital, gerade jetzt. Ich weiß, ich weiß. Mein Freund hat mich gerade, ich glaube, es sind diese zwei Leute in der Papier. Ja. Sie sehen sie überhaupt nicht? Nein. Sie sind gefährlich, in irgendein Weise? Wenn Sie sie sehen, müssen Sie sich sicher bleiben. Bleib weg. Geh bei uns von uns, okay? Wir machen. Ich weiß, ob es gibt, was ich noch etwas tun kann, was ich helfen kann. Klar. Wir werden hier nach dem Weg gehen, damit wir bei uns befinden. Wenn Sie hier sehen, wenn Sie sich nichts überrascht, lassen Sie uns wissen, okay? Natürlich. Und, uh... Danke. Bleib sicher, Mann. Ja, aber nicht so ganz. Achso, das geht Richtung Erdgeschoss wahrscheinlich gerade. Erstmal die Witz hier zu machen. Oh, jetzt wieder los sprinten. Fast, fast, fast. Hi. Oh ja, natürlich, ich spring jetzt durchs Fenster. Let's do this. Oh ja, natürlich. Alles klar. Ich nehme mal den coolen Weg, gell? Durch die Tür. Abgeschlossen. Oh, 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 oh. Wirst du schießen? Ich glaube, der muss... Ich glaube, der muss... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stopp. Yolanda ist gut. Komm, wir gehen. Muss überhaupt nichts. Und ich habe auch nicht geschossen, ja. Verdammt. Ich muss ihm helfen. Ja, ich wusste ich das. Der Auto. Erstmal wegrennen. Der Wagen. Der Wagen. Nehmen wir den Wagen. Welchen Wagen? Nein. Komm, wir kommen. Ich weiß nicht, was ich... Ich komme, warum? Okay. Er weiß auch nicht, was er tun soll, ey. Ich habe ihn nicht. Ja, er hat sich erlegt. Ich habe ihn nicht erlegt. Ja, er hat sich erlegt. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Oh Gott, jetzt geht's... Ich habe mir aber richtig schlecht geschossen, ey. Jetzt geht so eine Kacke wieder los. Ah. Yo. Ach so. Wir nehmen alles mit. Kommen wir einfach weg? Oder kommt jetzt noch eine Verfolgungsjagd? Wahrscheinlich kommen wir einfach weg. Zum Flughafen sogar einfach. Du bist sicher, es ist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher. Ah, Alter. Du weißt, ich bin kein Fan von Heids. Keine Warte. Emily ist ein großer Pilot. Sie wurde praktisch auf dem Flughafen geboren. Ja, aber scheinbar ist das Flugzeug noch nicht mehr fertig. Long time no see, Vincent. How are you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So? You're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good Pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? But does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me, that's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Let's go. Come on, Harvey. You have to believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. And I didn't say anything. They tried to give me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know, you have to trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh. Thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. You're a good man. Thank you so much. Thank you. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Hey, Juan. Tell me, Chief. We need more men. Come on. How many? All. All. But what's going on? Don't ask too much. Do it again. Oh, oh, wait. What? No! No, 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 no! What is this? Well, they are pretty stable. But... Who is this, Emily? Don't even ask. Are you ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank is right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's going to be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachute here? I do. Hello, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that will save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. Oh God. Ah. Yeah, come. We want to be ready, right? Yeah, but hey, Aldo. Come, Fallschirme are sure. We're still alive. We're still here. Okay, I'll tell you this story. Yeah, okay. We're already around the time. We're already over there. Okay, I'll tell you this story. And now... ... I'm just surprised. ...I'm still alive. wo ich noch ein kleiner Scroll war habe ich sehr, sehr gerne hier Trickserien, also so Zeichentrickserien angeguckt und ich habe halt immer so wenn dort irgendjemand mit dem Fallschirm rausgesprochen ist und die den fucking Fallschirm gezogen haben ist da meistens irgendein Bullshit passiert es ist Geschirr rausgekommen ich wollte gerade sagen, war ein Amboss im Fallschirm oder so ein Amboss im Fallschirm oder lauter solche Scheiße no way, wir landen ins Flugzeug ich würde jetzt gerne so eine Charakterinteraktion haben und dir eine Schelle auf den Hinterkopf geben für so eine dumme Diskussion okay, nochmal was und zwar ich weiß ja nicht, ob das ist aber früher bin ich Segel geflogen oft und tatsächlich bin ich dann mal bei einem bei so einer Festheit von unserem Verein und sowas, das gibt es so öfters mal bin ich tatsächlich mal mit einem Fallschirm geflogen also da wurden wir mit einer Wind hochgezogen und dann halt eine Runde habe ich dann gedreht und bin dann wieder gelandet aber schon eigentlich ganz geil, muss ich sagen nur die Landung ist tatsächlich nicht so einfach, wie man denkt ja, meine Güte alles was da kommt, landet auch ich breche mir die Beine dabei ach komm, jetzt stell dir mal nicht an alle fünf was ach, fick dich ja, ich wollte meinen, ne richtig ist eigentlich will ich das jetzt gerade gar nicht starten wir wollen jetzt heute mal Pause machen aber ja, nee, vor allen Dingen müssen wir jetzt Feierabend machen gell, das ist dir bewusst ja, gut, dann setzen wir hier mal einen Cut und hoffen, dass wir hier wieder landen ja, vielen Dank fürs Zuschauen haut rein, bis zum nächsten Mal tschüss tschau tschau